Heiß und innig, der intime Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Hi, ihr hört Heiß und innig, den intimen Podcast vom Verlag Nürnberger Presse. Mein Name ist Lena Woelki. Und mein Name ist Johannes Alles. Und heute haben wir ein Deep Dive ins Thema Erotikfilme gewagt und haben darüber gesprochen, wann ein Film zum Beispiel ein Softporno ist, wann es ein Hardcore-Porno wird, welche Subgenre es gibt und so weiter und so fort. Und dafür hatten wir Conny vom Comkino in Nürnberg zu Gast bei uns. Das Comkino zeigt jetzt seit schon 50 Jahren in Nürnberg im Künstlerhaus Filme jenseits des Mainstreams und immer wieder auch Erotikfilme, auch in Festivals beispielsweise, bei Festivals. Und Conny hat da wirklich einiges zu sagen. Unter anderem auch, wie sie es immer wieder schaffen, längst verschollen geglaubte Klassiker der Pornografie wieder aufzutreiben und aufzutun und dem Publikum zu zeigen. Deshalb viel Spaß mit der Folge. Hallo Conny, schön, dass du heute bei uns bist, hier in unserem Podcast-Studio. Wir wollen heute mit dir reden über die unendlichen Weiten des Erotikfilms. Und wenn sich jemand diesem Genre, also gerade so diesem Seichten etwas, ich sage jetzt mal Seichte einfach, vielleicht findest du es ja ganz anders, aber Film nähert, welchen Streifen würdest du ihm denn zum Einstieg empfehlen? Ja, hallo Johannes. Erstmal vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich, über dir zu sein. Nein, die Frage ist natürlich ein bisschen schwierig, aber ich würde mal so aus der Hüfte geschossen Therese und Isabel von Radley Metzger vorschlagen. Das ist, glaube ich, ein sehr schöner Einstieg, der noch relativ zugänglich ist. Da braucht man keine große Vorbildung. Es ist egal, was man vorher gesehen hat. Aber der nimmt einen schön an die Hand und bringt einem die Faszination des erotischen Films näher. Sag bitte den Namen nochmal. Therese und Isabel. Das ist italienisch jetzt gerade? Nee. Französisch? Das ist eine internationale Koproduktion. Jetzt habt ihr mich aber kalt erwürgt. Macht nix, macht nix. Ah ja, das liefern wir nach. Das liest er vielleicht irgendwo in den Shownotes. Vielleicht aber auch nicht. Wir werden es sehen. Okay. Und was macht den? Du hast gesagt eben, es ist ein schöner Einstieg. Ist es ein Hardcore-Porno? Oder eher ein Soft-Porno? Gar nicht. Das ist sehr soft. Das ist ein Erotik-Film ohne nennenswerte Pornografie. Aber von einem Regisseur, der eine sehr große Bandbreite abdeckt. Also Radley Metzger hat von einfachen Dramen, wo Therese und Isabel eher zuzuordnen ist, bis zu Hardcore alles mal beackert. Ja, und Therese und Isabel ist einfach ein wunderschöner Film über zwei Mädchen in einem Internat, die sich verlieben. Ja, genau, recht viel mehr sollte man auch nicht spoilern, falls man jemanden damit neugierig gemacht hat. Ja, der ein permanentes Knistern, eine erotische Aufgeladenheit mitbringt, die er sehr schön dem Zuschauer transportieren kann und damit sicherlich Lust auf mehr macht. Was ich mich frage, Wo zieht man denn da die Grenze zwischen Soft und Hard? Also es ist erst mal die Grenze zwischen Erotik-Film und Porno. Porno würde ich ja nur als einen Subtyp des Erotik-Films sehen. Zwischen Softcore und Hardcore würde ja üblicherweise banal unterschieden, es sind primäre Geschlechtsteile zu sehen oder nicht, weswegen Softporno auch eher ein unspannendes Subgenre ist. Üblicherweise sind die meisten Softpornos nicht als solche konzipiert, also zumindest bei alten Filmen, wie sie bei uns im Com-Kino laufen, sondern es sind Hardcore-Filme, bei denen man einfach weggeschnitten hat oder nochmal einzelne Einstellungen anders gedreht hat. Genau. Ach so. Und der Film, den du jetzt empfohlen hast, der ist ungefähr aus welchem Jahr oder aus welcher Zeit? 60er. Ist das so eine Hochphase gewesen des erotischen Films oder vielleicht der Beginn des erotischen Films sogar? Ach, der Beginn auf keinen Fall. Also erotischen Filmen gibt es vermutlich so lange, wie es auch Filmen gibt. Also es ist ja mehr oder weniger jedes Medium auch irgendwie von der Lust getrieben, Lust zu zeigen. Und von daher gibt es auch Filmaufnahmen von 1890, in denen schon nackte Frauen zelebriert werden. Der Film ist aus einer Zeit, wo man wirklich versucht hat, sehr, sehr hochwertige und schöne erotische Filme zu machen. Zu der Zeit galt in Deutschland noch das Pornografieverbot. Das heißt, zu explizit durfte alles nicht sein. Es musste immer noch einigermaßen gediegen sein. Und das wollte man aber künstlerisch dann bestmöglich auskosten. Das war, glaube ich, bis 1975? 1975, genau. Ach, echt? Ja. Ich habe mich vorbereitet. Ich auch. Ich habe nur gut mitgespielt. Okay, also das heißt, 60er, Anfang 70er, ja, kann man schon als eine wichtige Epoche dann bezeichnen oder Phase dieser Filme. Sag doch mal, ich glaube, wir werden auch noch über den Hofbauer-Kongress reden. Da wirst du uns sicherlich noch was erzählen. Und das geht ja zurück auf den, also beziehungsweise der Name kommt von Ernst Hofbauer, einem Regisseur, der diese Zeit auch maßgeblich geprägt hat, oder? Genau, also ich würde sagen, so die Hochphase des erotischen Films war sicherlich in den 70ern. Nach dem Fall der ganz strengen Pornografie-Regeln, da sind unwahrscheinlich viele Filme entstanden mit unwahrscheinlich vielen Facetten. Und da war Ernst Hofbauer auf jeden Fall eine schillernde Gestalt, die heute vor allem noch über seine Schulmädchen-Reportfilme jedem zumindest vom Hörensagen irgendwie ein Begriff ist. Also den Titel hat, glaube ich, wirklich jeder und jede schon mal gehört, oder? Schulmädchen-Report? Ich glaube auch. Genau, also das ist auch wirklich ein Klassiker. Vor einigen Jahren wurde der Filmschulmädchen-Report Teil 1 auch bei der Deutschen Filmförderung im Programm Deutsches Filmerbe eingereicht und es wurde bewilligt, dass er also tatsächlich attestiertermaßen Teil des deutschen Filmerbes ist und entsprechend erhaltenswert ist. Er wurde letztlich dann doch nicht ausgewertet, aber das hat auch nochmal andere Gründe. Aber an sich die kulturelle Wichtigkeit ist selbst vom etablierten Filmkanon, glaube ich, attestiert. Okay, spannend. Warum, würdest du sagen, ist das eben so eine Wichtigkeit? Warum sollte man diese Filme wirklich schätzen auch? Ich glaube, bei den Schulmädchen-Reportfilmen ist es tatsächlich einfach, dass sie zur richtigen Zeit mit dem richtigen Thema kamen. Es gab ganz viele Regisseure, die auch in dem Bereich des Kolportage-Films der rote Klamotte-Beiträge gemacht haben, die mitunter auch qualitativ höher sind. Aber es ist ja immer ein Genre so, dass der, der ein Genre ins Rollen bringt und die ersten Beiträge macht, natürlich nicht das größte Werk des Genres zwingenderweise damit abgeliefert hat, aber halt ein wichtiger Wegbereiter war. Und die Hofbauer-Filme haben einfach ein breites Publikum erreicht und damit das Thema auch einfach in die Gesellschaft getragen. Dadurch ist er auf jeden Fall wichtig. Aber er hat es am Ende sogar fast ein bisschen bedauert, oder? Dass er vor allem dafür dann irgendwann so groß wurde. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung. Aber es wäre nichts Ungewöhnliches. Also es gab viele Regisseure in dem Bereich, die das Ganze nachträglich gerne ausgeblendet hätten. Also es gab beispielsweise Sigi Roth im Mund oder als Sigi Götz auch bekannt, der ähnliche Filme gemacht hat, der inzwischen darauf auf keinen Fall mehr angesprochen werden möchte, der sich davon komplett distanziert, das eben auch unter seinem Künstlernamen Sigi Götz laufen lässt. Inzwischen gibt es in München ein Magazin, das sich nach ihm benannt hat. Aber auch da ist es nicht so, dass er sich dann geehrt gefühlt hat, sondern da eher auf Distanz ist, soweit ich das weiß. Oder Jürgen Enz war aus München, ein bekannter Filmemacher, der auch in dem Genre unterwegs war, der auf seine Filme angesprochen, sehr zögerlich die letzten Jahre reagiert hat, weil er sich ein bisschen unsicher war. Werden sie verhämt? Muss er sich dafür schämen? Und er wollte eigentlich immer nur auf den einen Film angesprochen werden, wo er tatsächlich mal ein ganz ernstes Drama ohne jegliche Erotik produziert hat. Bei allen anderen war er etwas vorsichtiger. Den hatten wir auch mehrfach nach Nürnberg eingeladen und im persönlichen Gespräch ist er dann immer aufgetaut und hat auch mal zugesagt, dass er kommt. Und wie es dann soweit war, hat er angerufen, meinte er, er traut sich doch nicht so richtig. Ach, das ist okay. Apropos Nürnberg, apropos Probleme mit dieser Vergangenheit im Erotik-Film, das bringt mich auch zu Darstellern, die das am liebsten auch vergessen würden, was damals war. Bundestagsabgeordnete hatten wir hier lange Jahre. Sie ist hier in Nürnberg sehr bekannt, die Dagmar Wörl von der CSU. Die hat ja auch in dem Film mitgespielt damals. Genau, richtig. Das ist sicherlich auch ein Beispiel für jemanden, der das gerne ungeschehen machen würde und vergessen will. Ja, Sie hören im Film die Stoßburg dabei. An sich nur in einer sehr kleinen Rolle, relativ harmlos. Aber ja, das zeigt so ein bisschen, dass der Erotik-Film gesellschaftlich hat immer noch einen schweren Stand. Es wird nicht so selbstverständlich akzeptiert, wenn man dort mitgespielt hat. Und ja, so hat auch sie große Bemühungen unternommen, den Film dann doch vergessen zu machen. Also so wie man von Kinokollegen hört, war es zur Zeit des Beginns ihrer Politkarriere, so dass er versucht hat, die Filmkopien aus dem Verkehr zu ziehen. Auf dass der Film nicht mehr gezeigt wird und sie dementsprechend nicht mehr diskreditieren kann. Dann kann sie mal vorsehen, dass sie nicht früher so ein Onlyfans-Model war und dann irgendwie versuchen muss, aus dem Internet alles zu löschen. Das ist, glaube ich, schwieriger als... Das ist, glaube ich, unmöglich. Wenn man nur auf analogen Filmen gebannt ist, kann man es versuchen. Also Filme sind früher in sehr kleinen Kopienzahlen, so 10, 20 Filmkopien durch die Welt gegeistert und wurden ja üblicherweise nicht digitalisiert. Das heißt, da hat man eine realistische Chance. Bei der Gelegenheit, die wird am 5. Mai 70 Jahre alt. Von daher herzlichen Glückwunsch, Frau Wörl. Sie ist ja ein großer Fan unseres Podcasts. Das ist ja bekannt. Genau. Es ist zumindest nicht bekannt, vielleicht das hieß. Naja. Okay. Falls sie ihre Meinung ändert, ist sie auch zu uns jederzeit herzlich eingeladen, wenn sie noch eine dieser Filmkopien hat. Zu uns in dem Podcast auch, ne? Wir würden auch mit ihr reden. Wir können das ja zusammen irgendwie an einem Tag machen. Dann nur die eine dann. Alles klar. Entschuldigung, eine Sache, die würde ich gerne noch dranhängen, Lena. Und zwar, ich glaube, in diesen 70er-Jahren-Filmen auch beim Hofbauer, da haben durchaus noch andere mitgespielt, die dann später richtig Karriere gemacht haben. Jetzt nicht als CSU-Bundestagsabgeordnete, sondern als Schauspieler dann auch. Ich meine, dass ich gelesen habe, Heiner Lauterbach und dergleichen. Bin ich jetzt gerade überfragt, aber kann gut sein. Das habe ich auch gelesen. Waren renommierte Schauspieler durchaus. Also Frau Wörl ist auf jeden Fall nicht die Einzige, die da sich ausprobiert hat in dem Show. Nee, auf gar keinen Fall. Sibylle Rau ist beispielsweise auch sehr bekannt, die auch in vielen solcher Filmen mitgespielt hat, trotz der Politkarriere des Daddys. Was mich interessieren würde jetzt im Vergleich zu den 60er, 70ern, vor allem dann 70er. Diese Filme, also das Genre, wird das immer noch weiterhin produziert? Weil wir haben zum Beispiel das Gefühl, wir wollten schon immer mal eine Folge einfach nur über Pornos machen. Das ist gar nicht mehr so leicht, weil so viel eben mittlerweile nicht mehr von großen Firmen gemacht wird, sondern eher von kleineren Darstellern oder von einzelnen Darstellern. Die müssen jetzt nicht zu wenig klein sein. Wie ist das denn beim Soft-Porno? Ja, also im Mainstream ist Erotik-Film im Kino allgemein weitgehend verschwunden, egal ob jetzt Porno oder sonstige Facetten des Erotik-Films. Wenn dann irgendwie einmal in 100 Jahren so Fifty Shades of Grey oder so im Kino läuft, dann ist das ja der große Aufreger. Da hätte in 70 Jahren kein Mensch drüber gesprochen. Das wäre ein relativ belangloser Film gewesen, wo es 100 bessere gab, die in die gleiche Kerbe geschlagen haben. Aber natürlich findet das immer noch statt. Es gibt beispielsweise in Berlin einmal im Jahr das Pornfilm-Festival, das sich ausdrücklich dem Porno über mehrere Tage widmet und da überwiegend aktuelle Filme präsentiert. In Berlin gibt es auch eine sehr vitale Szene an Underground-Filmen, die dann mitunter auch sehr spezielle Nischen abdecken. Da gibt es dann sehr woke-Pornos, couple-friendly-Pornos etc. Und all das kann man da dann auch in zwei Kinos eine Woche lang, fünf Tage sind es, glaube ich, erleben. Also es findet noch statt, aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass sie sich stark auf Pornografie verlegt hat und die halt üblicherweise im Internet stattfindet, weil sie gesellschaftlicherweise ja immer noch nicht akzeptiert ist. Genau, aber es findet noch statt. Im regulären Kino bei uns leider wenig. Also vor allem auch der schöne Erotik-Film ist tatsächlich einfach verschwunden. Und da habe ich aber zumindest auch das Gefühl, weil es gesellschaftlich nicht wirklich akzeptiert ist. Also wenn man sich mit jemandem abends in der Kneipe unterhält, und was hast du gestern gemacht? Dann kann man sagen, ja, ich habe einen Action-Film geguckt oder ich habe nur einen Star Wars geguckt. Aber niemand würde sagen, ah, ich habe gestern wirklich einen netten Erotik-Film geguckt. Der hat geknistert. Das war schön. Von daher, ja, ist da tatsächlich auch einfach die Plattform nicht da. Die Gesellschaft wurde zunehmend verklemmter und bietet daher keinen Raum. Ich habe gerade mal überlegt, ob ich in letzter Zeit irgendeinen Film gesehen habe, der irgendwie in das Genre passt. Vielleicht warm ist eine, nee, blau ist eine warme Farbe. Vielleicht kann man das so ein bisschen in das Genre. Das war ein relativ neuer Film. Aber auch jetzt nicht super neu. Aber ansonsten, ja, mir würde jetzt auch nichts so direkt einfallen, wo man sagen würde, ah ja, da war ich. Was mir einfällt, ist eine Serie, die Netflix. Bridgerton, kann man das dort einordnen ein bisschen? Nee, oder? Das ist kein... Habe ich nicht gesehen. Warum? Das ist kein Porno, aber wir reden ja über Erotik-Filme auch. Das ist doch auch keine Erotik-Serie, oder? Aber in Staffel 1 habe ich gesehen. Also ich glaube, es ist ein Unterschied, aber da können wir jetzt mal den Experten fragen, ob da einfach nur eine Sex-Szene zu sehen ist oder ob da wirklich auch mit dem Knistern davor gespielt wird, oder? Ich bin da leider kein Experte, weil ich die Serie nicht kenne. Nee, aber jetzt so ganz grundsätzlich, wo macht man... Also ab wann ist es dann ein Erotik-Film? Also ja nicht nur, weil eine Sex-Szene in dem Film ist, oder? Nee, ganz im Gegenteil. Ein guter Erotik-Film braucht keine einzige Sex-Szene. Wie gesagt, die Bandbreite ist ja sehr, sehr, sehr groß. Aber wenn man heute überhaupt versucht, wo man sagt, okay, ich nehme meinen Partner, ich gehe ins Kino und es knistert irgendwie. Da kommen wir dann entsprechend gelaunt raus, solche Filme gibt es doch gerade nicht. Also mir würde die letzten Jahre keiner einfallen, der irgendwie in den Multiplex gelaufen ist. Wenn dann nur in der Nische, in kleinen Programmkinos, aber in der Masse eigentlich nicht. Dann ist es vielleicht subjektiv, ob es ein Erotik-Film ist oder nicht, oder eine Erotik-Serie. Sicherlich, sicherlich ist es natürlich auch ein Stück weit subjektiv. Ansonsten, wenn es um Porno geht, finde ich, kann man auch ganz schön sehen, dass sich das Ganze einfach über die Medien weitergehangelt hat und jetzt im Internet stattfindet. Ich sage, eine schillernde Gestalt in der Porno-Branche war Lasse Braun. Der hat in den 70er Jahren Hardcore-Porno ins Kino gebracht und hatte da auch immer einen sehr hohen künstlerischen Anspruch. Er hat tolle Filme gemacht. Und anderthalb Jahrzehnte später hat sein Sohn Axel Braun Filme gemacht. Die wurden auf VHS und später auf DVD ausgewertet. Und jetzt, wenn man guckt, gibt es Ricky Braun, der so für die größten amerikanischen Pornostudios Hochglanzproduktion macht. Genau, das ist jetzt der Enkel. Also von daher sieht man schön, das ist so eine Porno-Familie, die eben auch so den Weg vom Kino übers Heimvideo ins Internet vollzogen hat. Verrückt. Ihr macht in eurem Com-Kino ja auch allerhand und geht auch dort in dieses Genre quasi, zeigt dort Sachen. Erzählt doch mal, was läuft bei euch. Genau, wir versuchen wie immer die ganze Bandbreite abzudecken. Also bei uns bekommt man von eher zahmem Erotik-Kino, wie dem am Anfang erwähnten Therese und Isabel oder Sie liebten sich einen Sommer mit Ornella Mutti über klassische Erotik-Klamotten, wie sie Franz Marischka oder Franz Andl gemacht haben, das Liebeshotel in Tirol oder solche Geschichten, Pudelnackt in Oberbayern. So wurde er letztlich auch. Bitte noch zwei weitere Titel. Sunshinerocki auf Ibiza. Liebesgrüße aus der Lederhose. Den habe ich schon mal gehört. Wenn die prallen Möpse hupfen, ist das, glaube ich, Hofbauer, glaube ich. Genau. Pudelnackt in Oberbayern. Da gibt es ganz viele. Die haben auch ganz wunderbare Titel, die haben auch immer ganz wunderbare Plakate. Entschuldigung, der erste Porno, den ich in meinem Leben gesehen habe, ich glaube, ich war 14 oder 13 oder so, der hatte den schönen Titel Die Zofe der Gier. Ist auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob ich ihn mir heute nochmal anschauen will, weil ich habe ihn nicht so als... Aber egal, wir schweifen ab. Du wolltest erzählen, König. Ja, ansonsten gibt es bei uns den klassischen Colportage-Film, den man natürlich auch gerne irgendwie mit Erotik und Schmuddel in Verbindung bringt. Können wir ganz kurz mal klären, was das genau ist für Leute, die das nicht wissen? Im Colportage-Film möchte man, wie der Name schon sagt, Dinge kolportieren, also Einblicke in Bereiche geben, die man sonst nicht hat. Das kann fiktiv reißerisches wie der Schulmädchen-Report sein, in dem vermeintlich lustende Schülerinnen gezeigt werden, wie sie ihre Lehre um den Verstand bringen. Das kann auch seriöser sein. Ich sage mal, Oswald Koll ist wahrscheinlich den meisten Begriff, der das Ganze unter Sexualaufklärung verkauft hat, was er tun möchte. Da gibt es aber auch eine riesen Bandbreite, Variation der Liebe, Anatomie des Liebesakts etc. Das sind alles Filme, die auf verschiedene Weisen versuchen, mehr oder weniger dokumentarisch auch Dinge darzustellen. Ja, also der Klassiker, wie man es dann von Kolle kannte, ist, dass man oft einen Therapeuten, Arzt, wie auch immer präsentiert, zu dem Menschen komme, in die sexuelle Probleme oder sexuelle Fragen auch einfach an ihn stellen und sich helfen lassen. Und das hat man genutzt, um die Neugier in der Gesellschaft zu befriedigen. Ein Stück weit war es sicherlich auch nur ein Deckmantel, um manche Nuditäten zeigen zu können. Ein Stück weit wollte man aber auch einfach die Schwelle senken, auf das gerne jemand in diesen Film geht und auch andere dazu einlädt und darüber spricht. Da war man sicherlich früher auch ein bisschen liberaler als heute. Genau, das war ein relativ großes Themenfeld, das auch relativ typisch für den deutschen Film ist. Also natürlich gab es das auch in anderen Ländern, aber in Deutschland hat man das sehr ausgiebig zelebriert mit den Kolpotage-Filmen, auch über 10, 15 Jahre. Nach hinten raus haben sie sich dann so ein bisschen verloren. Dann hat man irgendwann nur noch reißerische Titel genommen. Es gab zum Beispiel ganz viele Filme, die St. Pauli im Titel haben, wo es nur darum ging, an dieses Verruchte von St. Pauli irgendwie anzuknüpfen. Und während es anfangs noch Report-Filme gab, in denen es tatsächlich um Sex in St. Pauli ging, waren es am Ende dann oft Kriminalfilme, Agentenfilme, die dann nur noch so Titel hatten wie Der Pfarrer von St. Pauli oder Der Arzt von St. Pauli oder Käpt'n Raubein aus St. Pauli. Oder Paul von St. Pauli. Genau. Und dann gibt es natürlich noch Porno, der bei uns im Kino tatsächlich auch einen Platz bekommt, in Form eines eigenen Themenwochenendes, auch üblicherweise einmal im Jahr. Sweet Movies. Da werden so die wirklich großen, sehenswerten Klassiker des Hardcore-Pornos gezeigt. Da sind wir dann wieder beim eingangs erwähnten Red LeMetzger beispielsweise oder bei Lasse Braun, deren Filme da gezeigt werden. Da läuft dann sowas wie The Opening of Misty Beethoven oder The Tiffany Minks oder Private Afternoon with Pamela Mann. Genau. Die Vorstellungen sind dann tatsächlich auch immer interessant. Das ist natürlich bei uns immer so die Überlegung, zeigt man es überhaupt oder nicht? Also im Kino hat man ja relativ große künstlerische Freiheiten, aber Pornografie ist auch da einigermaßen schwierig und natürlich kontrovers. Und wir entscheiden uns aber immer bewusst dafür, zu sagen, ja, wir schaffen ein eigenes Format, in dem der Zuschauer auch weiß, was ihn erwartet und laden dazu ein, um wirklich auch so die großen Klassiker mal zu zeigen. Weil Porno ist nicht gleich Porno. Da gibt es... Ja, natürlich. Apropos, da würde ich dich gerne fragen, wie unterscheiden sich diese Filme, die er da zeigt, mal abgesehen von der Länge des Filmes, weil wahrscheinlich auch von diesen Porno-Filmchen, die du auf jeder Plattform wie YouPorn oder sonst wo dir reinpfeifen kannst. Also der Klassiker ist natürlich schon mal, alte Filme wollten üblicherweise trotz aller Pornografie eine Geschichte erzählen. Mal war es tatsächlich primär eine Rahmengeschichte, um die Pornografie irgendwie verkaufen zu können, aber man war da noch einigermaßen ambitioniert, das Ganze schön zu erzählen. Das ist ja im Internet nicht mehr nötig. Also welches Pornostudio produziert heute noch in Spielfilmlänge? Üblicherweise ja nicht. Es werden einzelne Sexszenen gedreht und einzeln vermarktet. Das ist natürlich ein ganz wesentlicher Unterschied. Und es gab nicht wenige Regisseure, die nur Geschichten erzählen wollten, die aber um Geld dafür zu bekommen, Pornografie mit eingebaut haben. Und da kommen dann sehr spannende Filme raus. Das sind mitunter sehr freigeistige Regisseure, die, wenn sie nur ihre Geschichte erzählt hätten, von niemandem Geld bekommen hätten. Aber dadurch, dass sie an Pornoproduzenten herangetreten sind und ihnen verkauft haben, ja, ich produziere ihnen ein Porno, haben sie Geld bekommen. Und auf einmal hatte jemand die Möglichkeit, Filme zu machen, der sonst in der Filmwelt so nicht stattgefunden hätte. Ist das auch ein konkretes Beispiel gerade? Also Klassiker auf jeden Fall. Jürgen Enz, den ich vorhin schon mal erwähnt habe. Münchner Filmemacher, der bis zuletzt vehement behauptet hat, keine seiner Hardcore-Szenen jemals selbst gedreht. Sondern er behauptete stets, er hat den Raum verlassen, wenn die Hardcore-Szenen gedreht worden sind, weil er wollte eigentlich nur die erotischen Filme drehen, beziehungsweise mitunter auch nur die Filme drehen. Und von seinen Filmen gibt es nahezu immer zwei Fassungen. Es gibt immer eine Softcore- und eine Hardcore-Fassung, bei der dann eben tatsächlich ganze Szenen einfach nochmal neu gedreht worden sind. Also nicht wie man es sonst oft gemacht hat, dass man gesagt hat, okay, man zoomt so ein bisschen ein, dass die Geschlechtsteile irgendwie wegfallen. Und dann wird aus dem Hardcore- und Softcore-Film, sondern er hat da komplett verschiedene Geschichten mitunter zu erzählen. Das ist auf jeden Fall ein Paradebeispiel. Jürgen Enns. Aber krass, ich meine, also wenn man mal ganz plump darüber nachdenkt, dann ist das ja auch, also man zeigt ja alle möglichen menschlichen Dinge im Film. Sogar Sterben, also jetzt nie echt. Aber man zeigt ja trotzdem, und deswegen verstehe ich manchmal nicht so ganz, warum man dann Sex so ausklammert und das in so eine ganz andere Ecke schiebt. Deswegen finde ich es auch klasse, dass ihr auch das Genre zeigt, weil ich finde, das gehört ja trotzdem zum Film an sich dazu, oder? Genau, auf jeden Fall. Zumal es da eben ganz wunderbare Filme zu entdecken gibt. Und ich sage mal, alles abseits vom Porno, das wir spielen, funktioniert üblicherweise ja nicht so, dass ein Zuschauer direkt zu den Filmen kommt, sondern es kommen Filme zu unserem anderen Programm ins Kino, geben uns dann irgendwann einen gewissen Credit und sagen, okay, nee, wenn das KOM-Kino-Filme zeigt, hat das einen Grund, dann will man die sehen. Und so führen wir dann auch Publikum zu den Erotikfilmen, die uns am Ende sehr dankbar sind, die bei uns entdeckt zu haben. Also ging mir selbst auch nicht anders, wie ich das erste Mal als Zuschauer im KOM-Kino war und einen Erotikfilmenprogramm gelesen habe, habe ich nur die Stirn gerunzelt und mir gedacht, ja, genau, nee, ohne mich. Und ein halbes Jahr später bin ich dann mit Neugierde reingegangen, weil ich so viele gute Kinoerlebnisse hatte und bin jetzt sehr dankbar, die Filme gesehen zu haben. Genau, ja. Wenn diese Klassiker der Pornografie, wie du es vorhin ja auch so genannt hast, wo und wie sieht man die? Letztendlich nur bei solchen Festivals, wenn so ein Kino sowas macht, so ein Wochenende mal, oder gibt es da auch andere Möglichkeiten? Überwiegend sieht man es bei uns. Also es gibt sicherlich im Internet auch irgendwo Angebote für den einen oder anderen Pornoklassiker. Da muss ich zugeben, bin ich jetzt nicht ganz so bewandert. Es gibt von einigen Filmen Home-Video-Veröffentlichungen. Herzogfilm war beispielsweise in Deutschland ja ein sehr großes Pornostudio, die eben auch über die Las Jucken-Kumpel-Filme bekannt sind. Die bringen vieles auf DVD raus, aber in ganz gruseliger Qualität. Das heißt, wenn man tatsächlich den Film auch einfach filmisch genießen möchte, ist das kein adäquater Zugang. Und ansonsten sieht es da tatsächlich mit der Auswertung, glaube ich, relativ mau aus. Die Firma Mascut hatte mal die Ambition, ihre Filme hochwertig zu restaurieren und im Home-Video zu veröffentlichen. Da sind drei oder vier Blu-rays erschienen, die sich damals auch sehr gut verkauft haben und auf großes Interesse gestoßen sind. Aber nach einem Wechsel in der Programmplanung wurde das auch wieder eingestellt, weil man gesagt hat, Blu-ray ist irgendwie teuer. Und selbst die Studios eben oft gar nicht die Ambition haben, zu sagen, es sind schöne Filme, die man sehen will, sondern es wird oft als, naja, es ist Porno, es ist funktional verkauft, was ja schade ist. Und womit dann gerade die hochwertigen Produktionen einfach, denen wird man damit nicht gerecht. Bei uns, ja, dieses Festival, das wir veranstalten, machen wir mit zwei externen Kuratoren zusammen, die aus Frankfurt kommen. Die hatten das da initial vor fünf, sechs Jahren ins Leben gerufen unter dem Titel Sweet Movies. Hatten das im dortigen Pupillekino gemacht, das an der Uni ansässig ist. Und mussten dann aber nach der ersten Ausgabe, wurden sie direkt zum Rapport bestellt und mussten sich vor der Studentenvertretung und Hochschulleitung rechtfertigen, was sie da von Schmutz losgelassen haben. Das war also sehr unerfreulich und zeigt auch, wie schwer es ist, heute überhaupt eine seriöse Plattform für solche Filme zu präsentieren. Und dann kamen sie auf uns zu und meinten eben mit einem Blick auf unser Programm, es scheint auch sehr vieles in Nürnberg möglich zu sein, ob wir nicht Interesse hätten. Und dann haben wir gesagt, klar, gerne, machen wir zusammen. Sie sollen sich ein schönes Konzept überlegen, eine nette Filmauswahl zusammenstellen, dann sprechen wir drüber, aber dann können wir das gerne tun. Und dann sind wir da auch erst mal ins kalte Wasser gesprungen, weil auch beim Hofbauerkongress war Hardcore-Porno vorher kein allzu großes Thema. Da wurde vielleicht mal einer irgendwie noch so in der Nachtschiene als Bonusfilm hinten weggezeigt. Aber ernsthaft, da hat man sich damit eigentlich auch nicht beschäftigt. Und dann waren wir ganz überrascht, welches Publikum kam. Tatsächlich war dann die Hürde voll. Also wenn wir Sweet Movies oder unter dem Titel Lange Nacht der Schweinereien machen wir ab und zu auch mal so ein Samstag-Special zeigen, dann ist unser Kino stark überproportional gut besucht und mit einem teilweise ganz anderen Publikum. Wer kommt da? Erstaunlich viele junge Mädels. Da haben wir üblicherweise nicht so wahnsinnig viele, muss ich zugeben. Aber wenn wir zu dem Format laden, dann mindestens 50 bis 60 Prozent. Irgendwo so zwischen 20 und 30. Die oft irgendwie zu zweit kommen. Was total Spannendes. Weil wenn man gesellschaftlich Porno schon immer tabuisiert, dann ist es glaube ich unter Frauen oder zumindest gegenüber von Frauen noch mehr tabuisiert. Und bei dem Format sieht man dann eben ganz viele Zuschauer, die gerade bei der Lange Nacht der Schweinereien, wenn auch gar nicht angekündigt ist, welcher Film genau läuft. Sondern es ist nur angekündigt, was für eine Art von Programm läuft. Dann kommen die mit einem Funken in den Augen, mit einer Neugier, mit einer Entdeckungsfreude. Das ist immer ganz faszinierend zu sehen. Und gehen dann mitunter auch sehr beseelt am Abend nach Hause. Das ist schön. Porno ist ja nicht gleich Porno. Habt ihr da irgendwelche unterschiedlichen Genres, die ihr da zeigt? Im Vorgespräch haben wir auch mal über unterschiedliche Themen Nächte gesprochen. Eben zum Beispiel gezeichnete Pornos. Genau. Was gibt es da denn noch? Oder was macht dieses Genre jetzt eigentlich aus? Genau. Also bei Hardcore-Porno differenzieren wir jetzt nicht groß, sondern unterscheiden nur zwischen klassischen Spielfilmen und Hentai, also der gezeichneten Variante. Nachdem das auch einfach unterschiedliches Publikum anspricht. Also für Hentai, es gibt es eigene Fans, die oft dann aus der Anime-Szene auch kommen, für die wir dann auch immer wieder mal ein extra Programm gespielt haben. da ist es noch schwieriger, ein qualitativ hochwertiges Programm zu präsentieren, weil unsere Ambition ist natürlich schon in allen Fällen nicht einfach beliebig irgendeinem Porno zu zeigen, sondern schon einen, der besonders sehenswert ist aus irgendeinem Grund. Und wenn wir klassischen Spielfilmen und Porno zeigen, dann gibt es da keine größeren Unterscheidungen. Ein Wort zum Hofbauerkongress nochmal. Da fokussiert ihr euch dann wirklich ausschließlich auf Hofbauerfilme oder ist er der Aufhänger letztendlich? Nee, genau. Der Hofbauer ist der Aufhänger. Also es hat sich eine Truppe zusammengefunden, die nennt sich das Hofbauer Kommando, inspiriert von drei Filmwissenschaftlern, die seit Jahren als die Ferroni-Brigade aufgetreten sind. Also nachdem Regisseur Ferroni benannt, hatten die Kollegen dann mal ein Streitgespräch, ob jetzt Ernst Hofbauer oder Franz Marischka, der der bedeutendste dieser Reportfilm-Regisseure ist, haben sich dann in diesem Streitgespräch also irgendwann zu dem Punkt durchgerungen, also Ernst Hofbauer ist es und haben sich dann nach ihm benannt als das Hofbauer-Kommando und sich zur Aufgabe gemacht, sein Filmerbe sichtbarer zu machen. Und dann hat das Hofbauer-Kommando zu einem Festival geladen, dann war das natürlich der Kongress des Hofbauer-Kommandos. In langen Form heißt es ja auch noch der so und so vielte außerordentliche Filmkongress des Hofbauer-Kommandos. Der wird aber natürlich nicht nur durch Filme von Ernst Hofbauer bestritten. Es laufen jedes Jahr zwischen 20 und 25 Filme beim Hofbauer-Kongress. Das heißt, das Oeuvre von Ernst Hofbauer wird ab in weniger Jahre aufgezehrt und wir sind inzwischen in der 22. Ausgabe, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Genau. Da ist die Bandbreite viel größer. Da wird Erotik-Film in allen Facetten und von allen erdenklichen Regisseuren aus allen erdenklichen Ländern und allen erdenklichen Sub-Genres gezeigt. In den letzten Jahren allerdings auch zunehmend anderes. Es hat sich beim Hofbauer-Kongress ein großes Stammpublikum gefunden von, ich würde mal schätzen, 200, 300 Gästen, die regelmäßig Interesse haben, zu kommen. Es ist auch jedes Jahr beim Hofbauer-Kongress ausverkauftes Haus. Es gibt Menschen, die sich dann wirklich Urlaub nehmen und von Mittwoch bis Sonntag jeweils von mittags um 12 bis morgens um 4 bei uns im Kino sitzen und einen Film nach dem anderen gucken. Und das ist eine sehr sinnefile Blase. Da haben wir viele Filmwissenschaftler dabei, viele Filmjournalisten, Filmhistoriker. Und diese Bühne hat man dann natürlich irgendwann genutzt, um einfach allgemein obskure, rare, apokryphe Filme auszugraben und auf der Plattform zu präsentieren. Wie gelingt es, solche Filme auszugraben? Das ist immer wieder ein ganz spannender Prozess, der ganz unterschiedlich ablaufen kann. Also zum einen unterhalten wir selbst ein eigenes Filmarchiv. Das heißt, wir sondieren ganzjährig, wenn irgendwo Filmkopien auftauchen, sei es zum Kauf, sei es aus Nachlässen, ob wir die übernehmen können, ob wir die unserem Archiv hinzufügen können. Und dann können wir natürlich bei Festivals aus dem Portfolio schöpfen. Zum anderen sind wir mit ganz vielen Kinos in Deutschland assoziiert. Also es gibt eine Szene, sogenannte Off-Kinos, die oft eigene Sammlungen unterhalten, auf die wir zugreifen können. Wir tauschen uns mit großen halbstaatlichen Archiven aus. Privatsammler kommen hin und wieder auf uns zu und sagen, ich habe hier eine verschollend geglaubte Filmkopie in die Hände bekommen. Bei euch wäre doch genau der Rahmen, um sie mal wieder zu präsentieren. Was ist das für ein Gefühl für so einen Vollblut-Siniasten wie dich, wenn man sowas dann in die Hand gedrückt bekommt? Das ist immer großartig. Also wenn man wieder einen Schatz bergen kann, ist immer ein fantastisches Gefühl. Ganz klar. Und wie oft kommt das vor? Öfter als man denkt. Wir sind sehr umtriebig. Ich würde sagen, so wirkliche Raritäten finden sich in unserem Archiv jedes Jahr so 30 bis 40 ein. In unserem laufenden Programm so 25 bis 50, je nachdem, wie groß die Festivals sind. Gibt es da auch noch irgendwas, wo ihr ein großer Name quasi, der verschollen ist und nach dem jeder sucht? Naja, also wir haben im Fahrwasser des Comkinos ja auch schon ein Filmlabel gegründet, über das wir alte, verschollene Filme bergen, digitalisieren, veröffentlichen. Da hatten wir zum Beispiel Der Perser und die Schwedin als initiales Projekt. Der Film war niemandem bekannt, galt in seiner Heimat schon seit Jahrzehnten als verschollen und wir haben eine Kopie in den Finger bekommen. Die lag dann bei uns im Archiv, hat eine der klassischen Verfallserscheinungen von analogen Filmen entwickelt und wir haben gesagt, den müssen wir auf jeden Fall irgendwie retten, den müssen wir auf jeden Fall irgendwie für die Nachwelt erhalten und haben im Zuge dessen ein Filmlabel gegründet, haben den digitalisiert und veröffentlicht, womit er jetzt natürlich keine schwer verfügbare Rarität mehr ist, aber das wäre so ein Klassiker. Die Recherchen damals haben ergeben, dass es von dem Film seinerzeit neun Kopien gab. Wir haben dann im Zuge der Digitalisierung drei davon gefunden. Das würde auf jeden Fall als gehobenen Schatz bezeichnen. Oder Nackt im Sommerwind, auch so ein Film, den wir digitalisiert haben, ist von Doris Wishman, so einer bekannteren amerikanischen Filmemacherinnen, die sich auch dem Sexfilm im weiteren Sinne gewidmet hat. Doris Wishman hat ihren komplettesten filmischen Output zur Lebzeit noch an ein Filmlabel verkauft, mit Ausnahme von zwei Filmen, zu denen sie selbst seit Jahrzehnten kein Material mehr hatte und bei denen sie sicher war, die wären verschollen und einer der beiden war Nackt im Sommerwind, von dem wir im Comkino dann eine Kopie in die Finger bekommen haben und das Ganze eben restauriert und digitalisiert haben. Inzwischen kann man ihn auch in den USA erwerben. Da gibt es eine komplette Werkshow von Doris Wishman mit unserer Nürnberger Kopie zu eben diesem Film. Als Ausblick, was ist denn in nächster Zeit bei euch im Comkino geboten? Also es lohnt natürlich immer ein Blick einfach auf unsere Homepage www.comkino.de Ich verlinke es euch in den Shownotes diesmal wirklich. Perfekt. Wenn man erotischen Filmen sehen möchte, dann ist sicherlich der 30. Mai der nächste Termin. Da läuft ein Oswald-Kolle-Film passend zu unserem heutigen Thema Oswald-Kolle Was ist Pornografie? Das Ganze passiert im Rahmen des B-Film-Bastards-Festivals im Zuge dessen auch noch Malabimba kurioser italienischer Beitrag. Und dann macht es wieder Sinn im September reinzugucken. Am 2. September-Wochenende heißt es Auf zum Filmmarchäologen-Symposium, bei dem die Rasten aller Schätze geborgen werden und auch immer der ein oder andere Erotik-Film dabei sein muss. Ja, wunderbar. Vielleicht kommt ihr auch mal, wir werden ja auch nicht nur in Nürnberg gehört, vielleicht kommt ihr auch mal, schaut mal jemand aus dem Rest der Republik hier bei euch vorbei. Ja. Gut, dann vielen Dank, dass du uns hier im warmen Studio besucht hast. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Mehr von uns gibt es auf nordbayern.de und nn.de und nn.d. Und nn.d. Und nn.d.